Wir sind die Firma VAM GmbH. Wir sind eine typenoffene Kfz-Werkstatt. Uns gibt es seit circa 25 Jahren. Unser Werkstattalltag ist nie langweilig. Wir sind hier die Firma Autotechnik Mariendorf, sind jetzt mittlerweile seit 13 Jahren hier an diesem Platz, reparieren sämtliche Fahrzeugmarken. Die Herausforderung für uns als Firma wird natürlich immer größer. Wir müssen nicht nur die alten Verbrenner reparieren, wir müssen Hybrid- und Elektrofahrzeuge reparieren. Jedes Fahrzeug muss verkehrssicher sein und gewartet werden. Früher waren die Autos einfach gestrickt, heute werden sie immer komplexer. Dadurch wird natürlich auch die Reparatur umfangreicher, die Wartung wird umfangreicher. Das bringt für uns ganz neue Herausforderungen. Wir brauchen Schulung, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Know-how. Das ist das, was wir fordern, auch von einem guten Teillieferanten. Also bei unserer Teileauswahl legen wir darauf Wert, dass wir Erstausrüsterqualität verwenden. Einfach für die Langlebigkeit des Fahrzeugs und Zufriedenheit der Kunden. Ganz wichtig die Lieferfähigkeit, dass wir schnell die Ware bekommen, weil der Kunde möchte natürlich nicht tagelang bei uns in der Werkstatt verbringen. Er möchte wieder mobil sein. Wir benötigen als Unterstützung von den Teilerlieferanten eine Dokumentation, zum Beispiel Anzugstremomente, Einbauvorschriften und das nach Möglichkeit gleich in Papierform in der Verpackung drin. Wie baue ich das Teil ein? Was gibt es für Veränderungen? Worauf ist zu achten? Das ist das, was heute vielleicht sogar noch wichtiger ist als der Preis. Sicherlich kommt es auch mal vor, dass wir Fahrzeuge reparieren, die wir noch nicht hatten oder die Reparatur noch nicht durchgeführt haben. Wenn man halt nicht weiterkommt, dann ist es natürlich klar, dass man sich da mal halt auch in einem Video weiterbildet beziehungsweise mal anschaut. Vielleicht kann ich einen Arbeitsschritt auch viel einfacher machen, als ich vorher immer gemacht habe. Wir hatten ein Fahrzeug mit einem Kolbenschaden. Der Mechaniker bekommt diese Teile auf den Tisch, merkt innerhalb von kürzester Zeit, irgendwie passt es nicht. Der Anruf beim Hersteller des Fahrzeuges brachte keine Informationen. Wir haben den Teilerlieferanten angerufen, dieses Problem geschildert. Innerhalb von kürzester Zeit kamen alle Informationen, die wir brauchten. Der Kunde ist glücklich, wir sind glücklich und das Fahrzeug fährt bis heute. Also großartige Arbeit ist für mich, dass wir auch in Augenhöhe mit den Fahrzeugherstellern und den Teilerlieferanten arbeiten können, termintreu sind, dass wir natürlich auch fachgerecht arbeiten. Ich finde es immer spannend in unserem Beruf. Man lernt nie aus und die Technik entwickelt sich weiter und es macht einfach Spaß. Also klar, es ist kein leichter Beruf, aber es macht Spaß, mit Teilerherstellern zusammenzuarbeiten, die das genauso lieben wie wir in der Firma hier. Und ja.